Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der RB33 nach Duisburg Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Meine Damen und Herren, wir möchten, dass weiterhin alle sicher mit der DB reisen können. Das funktioniert nur, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen und uns an die Regeln zum Gesundheitsschutz halten. Bitte denken Sie daher an das Tragen einer FFP2-Maske im Zug. Beachten Sie bitte auch die Maskenpflicht an den Bahnsteigen und in den Bahnhöfen. Nächste Station, Krefeld-Oppum.